Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen! Vor ein paar Tagen schon hatte ich euch auf Instagram nach unangenehmen Fragen gefragt. Und es kamen auch unzählige Fragen an. Ich muss leider sagen, 90% waren davon Sexfragen. Da scheint das Interesse bei euch auch sehr groß zu sein. Darauf gehen wir heute aber nur vereinzelt drauf ein. Ich habe insgesamt 22 Fragen rausgesucht und den Fragen stelle ich mich heute. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare, ob ich sowas nochmal machen soll mit anderen Fragen. Wir starten direkt mit Frage Nummer 1 von SoftwareLuca. Neue Projekte kennt ihr nicht, oder? Hashtag Abwechslung. Nein, danke. Ich würde sagen, das ist die loserische Krankheit. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es erst seit ein paar Monaten so ist. Ich bin ja erst letztens darauf eingegangen und meinte, dass wir seit Dezember in der Vorproduktion sind und deswegen keine neuen Inhalte kommen. Aber sagen wir mal ehrlich, seit mehreren Jahren kommen schon GTA, Rainbow Six und ARK eigentlich. Das sind so unsere drei Pferde, die einfach immer kommen. Immer schon hatte ich Lust auf andere Inhalte. Wir haben auch schon öfter andere Inhalte ausprobiert. Wir sind ab und zu nicht so gut bei euch angekommen. Und deswegen bewegt man sich irgendwie immer wieder zurück in seine Komfortzone. Aber das stimmt, wir müssen auf jeden Fall viel mehr Abwechslung bringen. Das ist schon sehr, sehr lange eine Sache, die ich unbedingt auf dem Kanal ändern möchte. Und ich hoffe, dass ich jetzt im laufenden Urlaub ein bisschen Zeit habe, ein bisschen in mich zu gehen, ein bisschen abzuschalten und vielleicht auch die ein oder andere Inspiration ranzukriegen, was denn Neues an Spielen auf dem Kanal gebracht werden kann. TheOnlyPaul1 fragt, hast du schon einmal Frauenkleidung getragen? Diese Frage muss ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Da kann ich nicht mal ausweichen oder sonst irgendwas sagen. Denn ein Bild war sogar schon mal auf Instagram zu sehen. Wir haben direkt am Anfang, als wir bei Studio 71 gesigned waren, ein Product Placement angenommen für Run an den Mann. Dort war ich als Frau verkleidet, Deko als Mann und ich glaube, ich saß sogar auf Dekos Shows. Wir haben es leider nicht mehr gefunden. Also wenn irgendeiner von euch da draußen das noch irgendwo abgespeichert hat, verlinkt uns gerne mal. Ich möchte das gerne nochmal sehen. Es ist weder in meiner Chronik noch in Dekosiner. Sonst hätte ich das jetzt gerne eingeblendet. MaxiB145 fragt, wurdet ihr, wurdest du schon mal aus einem Club oder einer Disco rausgeworfen? Man muss dazu sagen, ich bin erst relativ spät in die Diskothek gegangen. Ich hatte damals eine Laube und wir haben eher so in unserer Laube immer Party gemacht. So wirklich feiern gegangen sind wir nicht. Wir haben uns dort immer richtig hart abgeschossen. Vor Ewigkeiten bin ich mal mit meiner Familie und Kev gemeinsam feiern gewesen. Also mit meiner Familie meinte ich meine ganzen Cousins, meine Tanten. Also wir waren wirklich ein sehr, sehr großer, bunter Haufen und haben eine Dorfdisco unsicher gemacht. Nach einigen Stunden ist dann irgendwie Stress entstanden und auf dem Dorf kennt ja irgendwie jeder jeden, sodass die ganze Disco plötzlich gegen uns war und ja, da wurden wir dann aus Stressgründen rausgeworfen. Das war Nummer 1. Ich wurde auch schon mal aus dem Club einfach rausgeschmissen, weil ich noch nicht 18 war. Damals war es bei mir noch so, dass man seinen Personalausweis vorne abgeben musste und dann gegen 12 Uhr kamen dann die ersten DJ durchsagen, Yeah, 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 Marvin, du musst jetzt langsam den Club verlassen, bitte draußen melden. Hat man natürlich mit jungen Jahren nicht gemacht. Ein paar Stunden später kamen dann die Türsteher in den Club mit Taschenlampe und den ganzen Personalausweisen, um die ganzen Kiddies dort rauszuholen. Dort habe ich mich natürlich so sneaky, wie ich bin, versteckt, aber irgendwann muss man natürlich nochmal rausgehen und dann wurde ich indirekt rausgeworfen. Ich habe nämlich direkt für ein oder zwei Jahre Hausverbot bekommen. Ich war nie wieder dort, deswegen war das nicht ganz so schlimm, aber rausgeworfen, Schrägstrich, Hausverbot hatte ich auch schon mal. Felix, HDTLR fragt, wie lange bist du schon mit deiner Freundin zusammen? Was halten deine Eltern von deinen Videos? Ich bin jetzt seit knapp drei Jahren mit meiner Freundin zusammen und ich bin sehr, sehr froh, dass meine Eltern meine Videos nicht schauen. Mein Vater ab und zu mal, dann aber auch nur die Real-Life-Videos. Die ganzen Gaming-Videos, die kann er sich nicht reinziehen, meinte er. Meine Mutter hat kein PC und nicht mal Internet und deswegen bin ich sehr froh, dass meine Mutter noch nicht mein Internet-Ich kennt. Für sie bin ich immer noch der brave Junge. Meine Schwiegermutter hat allerdings mal ein Video von mir geschaut und sagen wir mal so, ihr hattet es nicht ganz so gut gefallen. Let's Shore fragt, wie viele Fehltage hattet ihr in der Schulzeit? Jetzt müsste ich kurz meinen Werdegang durchgehen. In der Grundschule hat man noch nicht bewusst geschwänzt. Orientierungsstufe habe ich auch nicht bewusst geschwänzt. Danach war ich auf der Realschule, dort auch noch nicht. Dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und meine Freunde, dort ging es dann los. Auf diesem Gymnasium habe ich dann unter anderem auch Kev kennengelernt. Und man muss sagen, ich war auf dem Gymnasium kein fleißiger Schüler. Ich hatte knapp dreistellige Fehltage. Auf dem Gymnasium war ich dann 18 und ab 18 darf man sich die Entschuldigung selber schreiben. Das war ein großer Fehler. Um das nochmal aufzuklären, meine Freunde, Ich habe dann mein Abi dort auch nicht geschafft. Ich habe dann die Schule gewechselt und habe dann woanders mein Fachabi gemacht und den auch mit 2,1 bestanden. Da hatte ich dann aber wiederum keinen einzigen Fehltag. Es musste bei mir also erstmal Klick machen. Ich war echt ein sehr, sehr anstrengender Schüler. Nächste Frage. Gentleman Vape. Warum hast du noch keinen Führerschein? Und Laurens und Kev aber schon. Ich glaube nicht nur Kev und Laurens haben in diesem Alter ihren Führerschein schon. Das sind bestimmt so um die 99 Prozent. Und ich gehöre eben zu den 1 Prozent. Dass ich keinen Führerschein habe, hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Angst vorm Fahren hätte oder sonst irgendwas. Ich hatte einfach nicht das Geld. Meine Mutter und mein Vater hatten nie wirklich viel Geld. Was nicht heißt, dass ich in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen bin. Wahrscheinlich wurden viele von euch noch von den Großeltern unterstützt. Ich habe aber eine riesige Familie. Ich habe über 12 Cousins, eine Halbschwester und einen Halbbruder. Ich glaube, das wäre etwas teuer gewesen für meine Großeltern. Ich habe mit 15 dann angefangen zu arbeiten und das ist ja leider auch die Zeit, wenn man so das erste Mal anfängt mit Party machen. Sodass das Geld, was ich mir erarbeitet habe, leider für die Wochenenden draufgegangen sind. Als ich dann so ungefähr 20 war, hat mein Vater mich nochmal finanziell unterstützt. Allerdings bin ich genau in diesem Jahr auch noch umgezogen. Das ganze Geld, was ich dort bekommen habe, ist für den Umzug draufgegangen. Und das ist der einfache Grund, warum ich damals keinen Führerschein gemacht habe. Und irgendwann ist aus dem Geldproblem ein Zeitproblem geworden. Aber jetzt mache ich ihn ja. Jetzt ziehe ich es durch. Ich muss auch sagen, das war mir lange Zeit sehr, sehr unangenehm. Aber ganz ehrlich, who cares? Beaver 93, zeige das hässlichste Kindheitsfoto von dir, das du findest. Bitteschön, meine Freunde. Das bin ich auf dem Domplatz. Auch damals war ich schon sehr stylisch gekleidet. Auch meine Frisur war super trendy. Man beachte auch, wie die Kleidung farblich zusammengepasst hat. Das Foto ist entstanden, als ich mit meiner Oma nach Köln gefahren bin. Und wir haben dort das Schokoladenmuseum besucht. Das war damals echt cool. Weiß nicht, wie es heute ist. Lukas Ender 42. Mit wie vielen Jahren hattest du dein erstes Mal? Das ist jetzt eine Sexfrage, aber ich finde, die ist noch d'accord. Ich habe tausende Schlimmere zugeschickt bekommen. Lass mich kurz überlegen, das dürfte mit 15 gewesen sein. Patrick Wuczylka. Seid ihr privat auch so durchgeknallt? Ich habe immer von mir behauptet, dass ich komplett gleich bin. Also im privaten Leben, wie auch im YouTube-Alltag. Aber meine Freundin meinte, ich wäre komplett anders. Und sagen wir mal ehrlich, ich schreie im Alltag nicht so rum, wie in den GTA-Folgern. Und auch Deko schreit nicht im Alltag so viel rum. Wir verstehen uns nicht, wie manch andere YouTuber, aber wir sind schon etwas ruhiger. Trotzdem würde ich aber schon sagen, dass ich ein bisschen durchgeknallt bin. Meine Freunde, ich habe so krasse, wenn ich du wäre, Sachen gemacht. Da sind Joko und Klaas nichts dagegen. Das bleibt aber privat. Mike B2901. Was war das peinlichste und ekligste, was du je in deinem Leben erlebt hast? In der ersten Klasse haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Wir sind nämlich zu jedem Kind nach Hause gegangen und haben ein Foto von ihm vor der Haustür gemacht. Das Kind hat dann geklingelt, es wurde ein Foto gemacht. Und dieses Foto wurde dann in der Klasse ausgehangen. Ja, bei mir war es dann leider so, dass ich, während ich auf die Klingel gedrückt habe, mir die Hosen gemacht habe. Zum Glück muss man sagen, sieht man das nicht auf dem Foto. Aber das war wirklich eine der peinlichsten Momente, die ich jemals in meinem Leben hatte. Time Run Original. Schon mal was mit einem Fan was gehabt. Da kann ich ganz schnell durchgehen und sagen, nein. Lennart 1212. Ist es dir unangenehm, bei fremden Menschen auf die Toilette zu gehen? Zu scheißen. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist erstmal, wann gehe ich denn bei fremden Menschen auf die Toilette? Das passiert äußerst selten. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auf eine Party geht und vielleicht den Partyhost nicht kennt, dann ist einem das, glaube ich, normal unangenehm. Natürlich. Also, oder ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das Pfad feiern und vielleicht noch ein paar Tage vorher anstauen lassen, um extra genau an dem Abend da was rauszuhauen. Aber bei mir ist das nicht so. Normi46, wieso gehst du nicht mehr ins Fitnessstudio? Du hast keine Zeit oder keine Lust mehr dazu? Ich gehe trainieren, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Ich war damals auch richtig, richtig schön in Form. Jetzt allerdings, seit ein oder zwei Jahren gehe ich nicht mehr regelmäßig trainieren, weil mein Fitnessstudio zugemacht hat. Das ist natürlich kein Grund, warum man nicht mehr ins Fitnessstudio geht. Es ist auch einfach die Zeit. Die Freundin möchte Zeit mit einem verbringen und jetzt haben wir auch noch seit einem Jahr einen Hund. Und dadurch, durch die ganzen Komponenten, findet man einfach selten nur noch Zeit zu trainieren. Ich war damals bis zu fünfmal die Woche trainieren. Ist leider jetzt nicht mehr so. Man sieht es mir leider auch wieder an. Aber die Zeit wird kommen, wo ich wieder ein bisschen, mindestens dreimal die Woche pumpen gehen werde. Eckhard Luca, was sagt deine Freundin dazu, wenn sie eure Videos schaut? Da kann ich auch sehr stolz sagen, dass meine Freundin zum Glück nicht meine Videos schaut. Ihr reicht es, wenn sie im Wohnzimmer hockt, im Nebenzimmer und mein Geschrei ertragen muss. Dann noch unsere Videos zu schauen, das wäre ein bisschen zu viel. Laurin Oster, hast du auch noch andere T-Shirts außer von Hilfiger? Ich habe die Fragen natürlich vorher gelesen und deswegen habe ich extra natürlich jetzt kein Oberteil von Tommi Hilfiger. Aber du hast recht, 90% meiner Oberteile sind von Hilfiger. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe auch noch andere Oberteile. Hilfiger, sponsor me. Victorino Katorze, wie kommst du mit den Geheimratsecken klar? Ich habe schon harte Geheimratsecken, ja. Aber, ach mein Gott, das sind so First-Word-Problems, da gibt es schlimmere Sachen. Also ich habe kein Problem damit. Lil NX CX AX fragt, beschnitten oder unbeschnitten? Wenn ja, wieso? Ich bin nicht beschnitten, ich bin nicht mal getauft. Und eine Krankheit habe ich auch nicht. Jonathan 501, Will, warum versprichst du Roomtun und machst die nie? Die, auch eine loserische Krankheit, irgendwas ansagen und dann doch nicht bringen oder zwei Jahre später. In der jetzigen Wohnung habe ich noch keine Roomtour gemacht, weil ich schon etliche andere Real-Life-Videos gemacht habe, wo man die Wohnung sieht. Und wenn du dir die Videos anschaust, dann siehst du eigentlich die komplette Wohnung. Also deswegen habe ich noch keine Roomtour gemacht, weil eigentlich schon alles ersichtlich ist. Das macht man ja normalerweise, wenn man gerade irgendwo eins sieht. Wenn es unbedingt gefragt ist, dann kann ich auch gerne nochmal eine Roomtour machen, so ist es nicht. Call Sign Virus, fühlst du dich alt, da locker mehr als die Hälfte eurer Zuschauer im Bereich 12 bis 20 liegen? So langsam fühle ich mich wirklich alt. Ich werde dieses Jahr noch 30. 30. Als ich noch Anfang 20 war und hochgeschaut habe zu den ganzen 30-Jährigen, dachte ich mir so, poah, die sind aber alt. Und jetzt sehe ich mich an. JennyKPM, welcher Film hat dich zum Weinen gebracht? Da musste ich lange überlegen bei dieser Frage, einfach weil ich nicht so gerne Dramen schaue oder traurige Filme. Aber es gibt einen Film, der mich wirklich zum Weinen gebracht hat und das ist The Green Mile. Den Film kann ich euch wirklich sehr empfehlen, aber ist auch sehr traurig. Konstantin JZ. Wieso bist du YouTuber geworden, wenn du alles andere hättest machen können? Wie ich finde, nicht unbedingt eine unangenehme Frage, aber eine Frage, die sehr interessant ist. Ich wollte nie YouTuber werden, das war nicht vorher geplant. Ich glaube, wie viele YouTuber ist das eher aus einer Art Hobby entstanden, was dann plötzlich groß geworden ist. Wäre ich jetzt aber nicht in den Bereich YouTube gegangen, hätte ich wahrscheinlich schon längst mein Studium abgeschlossen und ich wäre höchstwahrscheinlich irgendwo in der Marketingabteilung gelandet. Das waren alle unangenehmen Fragen. Ich habe gerade noch gemerkt, es waren doch nur 21. Ich hatte eine Frage doppelt. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und schreibt es gerne in die Kommentare, ob ich das nochmal mit anderen Fragen machen soll. Habt noch einen schönen Tag, meine Freunde. Bis dann. Reingehauen!